Was in diesem Video geschehen wird Woher kommt der Hurensohn? Woher kam der Stiftscheide? Already in Kitchen Alles klar! Bei mir hat sie das Schild einfach weggemacht, Digga. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen. Nein! Doch! Hahaha Hahaha Alter, hast du mir gerade ein Leben gerettet Jetzt doch leise Digga, was ist die Archer? Digga, warum will er die Archer jetzt auf einmal? Kitchen scheinbar schon Woher kommt der Hurensohn? Woher kam der Stiftscheide? Already in Kitchen Was? Wie geht's? Was? Wie geht's? Was? Wie geht's? Was? Was? Ich habe einen kleinen Pin Perfekt Immerhin ehrlich Salaam Alek Left side Right side Right side Right side Oh sorry Mistake I'm A Oh mein Gott Ja Ja Wer sagt das, ne? Deine Vorschläge hast du, glaub ich geprägt Was hast du gedacht oder was? Was? War gerade ein bisschen verwirrt, ja Pass auf, ich schieße Pass auf, ich schieße Alles klar Bei mir hat sie das Schild einfach weggemacht Digga Hast du es gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen Was? 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 Wo war er? Wo war ihr? Er ist gerade hochgepräht! Hey Guys! Hallo Guys! Du kriegst diesen Transe, Alter! Ich bin ein bisschen schade, Bro! WTF? Hallo! Ich musste mich gerade richtig zwingen, so hoch zu gehen, weil ich das eigentlich nicht kann, Alter! Das hat richtig wehen, Mann! Hallo! WTF, Bro? WTF? Power! WTF, Bro? Wie kann ich vom Viper so reden? Es ist wirklich so, Alter! Wirklich? Kann ich deinen dick, bitte? WTF, Alter? Schau mir, schau mir deinen dick! Send mir, send mir deinen dick! Senpai, bitte, schau mir deinen dick! Senpai! Oni-chan! 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 Oh nein, Digga! Dei-li-chan-dai-ski! Oh, wie eskaliert! Nein, am Witz musst du sagen, Oni-sama! Oni-sama-dai-ski! Call in the field goal, Mann! Let's fucking play, Mann! Let's fucking play, Mann! Ohhhh! What? Okay, Mann! What's the problem? I just called you something! Where's the problem? Ja, wenn man arbeiten würde... Imagine! Wir haben... Kev gone! Ich dachte Kev! Okay! Hallo! Hi, Wolfi! Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Müsst ihr später einen Namen aufschreiben! Sag mir das immer später! Jo! WTF? Fuck! Nein! Doch! Ich hab alle mitgemacht! Ja! Ich glaub schon! Ich glaub schon! Ne, der ist abgelaufen! Hier, der abgelaufen ist! Keine Ahnung, woher hin ist! Scheiß Clash! Ist da einer Jäger? Da ist der Jäger! Der ist oben! Ja! Kapkan! Schütter! Und... Kapkan! Du hast es selber noch gesagt! Wie alles explodiert, ey! Hey! Aua! Nächster Kapkan! Aua, aua! Oh mein Gott, als ob wir mich jetzt noch gekillt haben, Alter! Leck mich doch am Ar... Was ist passiert, Kevin? Nichts zu überreden! hat er dir gefällt ob sie die einblasen soll dass es wieder gut geht oder ist doch eine normale frage oder nicht wenn es die scheiße geht muss man dich irgendwie wieder hochkriegen schatz was ist heute los meine mutter ist gestorben ja das ist eine folge natürlich bild du fragst doch was fragst du eigentlich so dumm du bist ja ich bin jetzt auch nicht konzentrieren guck guck du kleinen schlampe guck mal wer da ist alter als ob er hat uns bei gefickt er steht einfach in der ecke digger ich hab mich so erschrocken von den du willst es darf ich dir besser kommen was du das mit einem hammer um noch fünf punkte zu kriegen ich mache auf digger auf einmal kriegen wir so die schüsse die fresse digger alt habe ich mich erschrocken ich hab mich so erschrocken auf einer skala von 1 bis 2 millionen ey ihr wichser ich hab grad ne frage gestellt ich hab gefragt auf einer skala von 1 bis 2 millionen wie viel das jetzt zerstört nach dem sexy gesang von mir absolut nicht realisiert dass du gesagt hast nein ja immerhin ich auch nicht ich hab den einfach kurz gesungen denger einfach lief ein lied was ich geil fand aus Digimon damals einfach mitgesungen ach so weil ich auch so laut war du kleiner wohnung sagt mir doch dass er da chillt derg in halt zwischen uns anklang dass er da chill den links 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 ja genau da genau links 15 der ist da der ist links der ist da 1, 2, 3, Digger. Oh mein Gott, nein. Die ist viel zu fett. Was ist das, Digger? Gott, ich bin fett. Oh nein, die ist viel zu fett, Digger. Warum macht man ein Bild davon? Was, Bruder? Jungen, Kevin, zeig doch, ich will auch verstört sein. Ich hab's dir auf Insta geschickt. Digger, jetzt musst du Filz öffnen oder was? Ja, Mann. Ohne Witz, Mann. Digger, muss ganz groß los. Warum war das klar, dass das jetzt passiert, Leute? Das ist mein erster Runde. Das ist sogar ein deutscher, denke ich. Das ist mein erster Runde. Dude, das ist... Loving you is a losing game. Aaaaaaah! Hahaha! Das ist mein erster Runde. In a big arcade, I got addicted to a losing game. Man! Mo erzähler. All I know, All I know Aaaaah! Loving you is a losing game! Bis zum nächsten Mal.